Sie sind hier, 3. November 2018, 18.15 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern beim Treffer von Demareigrei, werte der Jubel nur kurz Urheberrecht, Getti-Images-Spieler und Fans von Leicester City trauern beim ersten Auftritt nach dem Tod von Vich Aizri Vadana Paba um ihren Klubboss. Sport1 zeigt Bilder aus Cardiff Eine Woche nach dem tragischen Tod von Leicesters Klub Vich Aizri Vadana Paba und vier weiteren Personen bei einem Hubschrauberabsturz stand der Sensationsmeister von 2016 zum ersten Mal wieder auf dem Platz. Im Auswärtsspiel bei Cardiff City ging es vor allem darum, einen Schritt Rückkehr-Normalität zu machen, dabei spielten sich vor dem Anpfiff ergreifende Szenen auf und neben dem Platz ab. Alle Spieler und zahlreiche Leicester-Fans trugen ein T-Shirt mit einem Foto des verstorbenen Präsidenten. Während der Schweigeminute flossen viele Tränen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr STICK Höond November Äow Jahr Jahr rer Jahr Jahre Jahr Herr ann